Seit über 20 Jahren gilt Busch Microsystems als Innovationsträger in den Bereichen Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen Positioniersystemen. Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen profitieren von High-End-Lösungen, die anforderungsorientiert entwickelt und realisiert werden. Dafür birgt ein fachkompetentes Applikationsmanagement ebenso wie die KAB-gestützte Konstruktion aller Trägersysteme mit Antriebs- und Steuerungstechnik einschließlich Softwareentwicklung. Ob XY-Linear- und Hubtische mit zum Beispiel einer Genauigkeit von 0,3 Mikrometer oder unterschiedliche Gantry-Systeme, die auch Eigenentwicklungen für zum Beispiel Laseranwendungen umfassen, mit Wels- oder luftgelagerter Führung erfüllen Positioniersysteme von Busch höchste Anforderungen. Aufgrund ihrer Modulbauweise können sie flexibel zusammengestellt oder als Komplettlösung anschlussfertig montiert werden. Standard ist nur die Präzision, die sich in allen Bereichen des breiten Leistungsspektrums fortsetzt. Umfassende Qualitätskontrollen wie zum Beispiel Prüfungen von Ebenheit und Winklichkeit an Flächen, Ablaufgenauigkeit und Reprozierbarkeit an Linear- und Rotationsachsen mit Autokollimator oder Laserinterferometer garantieren höchste Präzision, die protokolliert und dokumentiert nachhaltige Sicherheit im praktischen Einsatz der Systeme gewährleistet. Ingenieur-Know-How, Erfahrung und die Fachkompetenz eines qualifizierten Experten-Teams fließen in alle Projektierungen ein, die bis hin zum After-Sales-Service zuverlässig ausgeführt werden. Immer einzigartig. Unter der familiengeführten Leitung von Winfried Busch und der inzwischen zweiten Generation nutzen anspruchsvolle Kunden hochpräzise Positioniersysteme perfekt in Funktion und Design. Busch – Ihr Systemlieferant mit zukunftsweisenden Lösungen weltweit. WDR mediagroup GmbH – WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR